So, dann wollen wir gleich mal weitermachen, ne? Und das letzte Level genießen. Passt ja. Tag ist fast zu Ende. Ich hab du erzählt, ja. Also, ist natürlich hier PM, ne? Also, es ist 20 Uhr 55. Von daher, wow. Ey, ich muss schon sagen, ich hab, muss ich jetzt ernsthaft zugeben, ich hab Extermination Day, also Extermination Day sowieso noch nicht, aber Brudel Doom Starter Pack hab ich im schwierig, im schwierigen Level, also im schwierigen, blalala, im schwierigen Schwierigkeitslevel noch nie am Stück komplett durchgespielt. Also am Stück sowieso nicht, ich hab ja auch, also komplett durchgespielt. Und daher hab ich grad ein bisschen geflasht. Oh. Achso, dass wir so krass von oben reingesprungen sind. Nice. Von daher bin ich grad schon ein bisschen geflasht. Oh, schicke Waffen. Und ich kann davon nichts mitnehmen. Alter, ich würde am liebsten jede einzelne Kacke mitnehmen. Ich schweige. Aber ganz ehrlich, wir haben, wir haben so viele Punkte, wir haben 19.000 Punkte, also wir können uns so oft wiederbeleben und Stuff kaufen. Also eigentlich, ich glaub sogar fast, es wird ein extrem großes Level. Mal gucken. Okay, sieht gut aus. Erstmal umgucken. Okay. Elik-Munition. Elik-Munition. Wo ist überhaupt der Endgegner jetzt? Elik-Munition. Oh. So. Hä? Elik-Munition. Ne, überall Munition. Ein paar Mega-Healths sind auch hier. Die sieht echt schon mal gar nicht mehr so schlecht aus. Hier geht's hoch. Aha. Oh ja. Äh, nein. Das ist aber okay. Alter, was, 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 was war das denn gerade? Boah, Alter. Fäger! Ich fliege. Ach, du Kacke. Ach, du Scheiße. Alter, das... Das hier hätte ich schon anfangen müssen hier mit dichter Rumpster. Das ist ja... Ach, du Kacke. Alter, was zur Hölle. Aber der war schon fast zur Hälfte runter. So. Achso, mehr gab es ja gar nicht an Raketen. Geht halt an Raketen, technisch haben wir alles mitgenommen. Sonst fehlen also noch zehn Raketen. Mhm, mhm, interessant. Achso, hier sind ja noch Packpacks. Oh, siehst du... Was? Wow, wir kriegen eine pro Packpack. Das ist so traurig. Ich glaube, ich brauche ein Zischhater. So. Ja, ehrlich gesagt... Gut, wir werden es mal ein bisschen... Ganz ehrlich... So, jetzt haben wir alles rausgekitzelt, was geht. So. Was? Äh... Hä? Ach, durch die Quad Damage. Klar. Okay. Dann würde ich mal sagen... Äh... Das war Extermination Day auf... ...schwierigen Schwierigkeitslevel. Also das... ...letzte vor Unfair. Und... So. Wir sehen uns dann wieder... ...zum nächsten Let's Play von Extermination Day... ...mittels Brudelgur. Heißt also... Heißt also, man braucht genau genommen gerade mal dreimal... ...die... ...die... ...BFG und einmal Quad Damage. Und kann damit den Endgegenau schon komplett zerlegen. Das... ...ist interessant. Nice. Hätte ich mir gar nicht... ...hätte ich mir gar nicht die ganze Scheiße spornen müssen. Man hätte einfach nur einmal Quad Damage suchen müssen... ...und dann wäre die Sache gelaufen. Das ist ja schon... ...nice. So. Ähm... Ja. The End. Das Ende. Und... ...mit den Worten... ...möchte ich mich... ...dann auch... ...ähm... ...von dem Let's Play verabschieden. ...ja... ...ja... ...also... ...ja... ...so gesehen... ...ich muss jetzt mal ganz kurz gucken... ...Skill ist 2... ...Ach... 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 ...ich kam noch eins hinzu... ...wollte grad sagen... ...wenn ich mir... ...wäre doch dann 3 oder nicht... ...skill... ...ä... 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 ...heißt also von den... ...normal... ...ja... ...ist ja egal... ...so... ...in Anbetracht dessen... ...wird ich persönlich mal sagen... ...wir sehen uns dann... ...zum... ...nächsten... ...Durchlauf von Extermination Day... ...wieder... ...oder zu einem der anderen Let's Plays... ...mittels Brudel Doom... ...und zwar der aktuellen Version... ...ähm... ...ähm... ...ja... ...das... ...erfahrt ihr denn... ...in dem entsprechenden Let's Play... ...gut... ...von daher... ...doll ich mal sagen... ...Ciao mit V... ...und so weiter und so fort... ...hoh... ...hoh... ...nach... ...interessant... ...Tschüss... ...also erst mal... ...ääh... ...spendet jetzt so... ...Tschüss...